Ah, wir haben die ganzen Lieder noch nicht gehört, die rausgekommen sind. Wir gucken, wir gucken, ist was Interessantes gestern rausgekommen bei uns MC? Für mich nicht interessant. Kalim und Haftbefehl, guter, okay, okay. Kalim, Hafti Abi, Babi, Strassi, Shem International, Biji Biji Kurdistan, ich mach's auf die Babo Art. Chabos wissen, wer der Babo ist. Hafti Abi ist der Mann im Lambo und Ferrari, sind Saudi-Arabi, Manni Rich. Ich hab gehört, dass Haftbefehl irgendwie ein bisschen zugenommen hat und so sich hat gehen lassen, ne? Aber kann es auch einfach sein, dass er stattdessen, dass wenn er so schlecht aussieht, dass es ihm wieder besser geht? Also so, dass er aussieht, weil er auf Entzug, also checkt ihr, wie ich meine, wenn angenommen, er nimmt irgendwelche Substanzen angenommen. Dann sieht man ja eher scheiße aus, wenn man diese Sachen nicht mehr nimmt, oder? Also ist es an sich erstmal ein gutes Zeichen, glaube ich, dass er ein bisschen zunimmt, dies, das, ananas. Comeback nach Comeback halt. Ach, ich kenn mich da zu schlecht aus, um da mitreden zu können. Aber ich wünsche Haftbefehl auf jeden Fall, äh, viel Erfolg bei dem, was er durchzieht, wenn, okay, ich weiß nicht, ob es was Positives ist. Warte mal, durchziehen, viel Erfolg? Nein, 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 warte, nein, nein. Ich wünsche Haftbefehl eine gute, Bruder kann sein, ich sterbe nach diesem Statement, ne? Warte mal, ich muss, ich wünsche Haftbefehl auf jeden Fall das, was er sich wünscht. Na, ich wünsche Haft, ich wünsche Haftbefehl einfach alles Gute. Gute Genesung, wenn ich gute Genesung sage, dann tue ich so, als ob er krank wäre, vielleicht macht ihn das sauer. Ich wünsche Haftbefehl einfach viel Geld. So, jetzt haben wir's. Guter! 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 Wow! Schuss zwischen die Zehe und sie fliegt so wie Aladin. Alle lügen doch die Zahlen und die Waage nie. Ich komm von der Gada, von der Gada, Gada. Dieser Zahn mit Schmuck und der Baby Mama. Ich höre Crack Baby schreien. Mama und Papa streiten sich um Einstein. Ich komm von der Gada, von der Gada, Gada. Der beste Kunde war, der immer dieselben Sachen anhat. Ich höre Crack Baby schreien. Mama und Papa streiten sich um Einstein. Ich pack die Blond-Map mit Blond-Nack. Mein Vorbild, Babo, Schusser, Fick, Montaner, La Peste, Gribbo, Rotar. Häng zwischen dem Betonblock, Schaff, bin aufgemacht. Und koch das doch schon Tasch. Die Roster's Crack. Haftbefehl hört sich nicht an wie Haftbefehl, oder? Der Kostger schlägt auf die Fotze seiner Tochter, damit er nachts was zu rotzen hat. 21 Kaffee, White Kolo, ihr Fotzen. 21 Kiello, Bolo, weil in der Sonne getrocknet. Haftstreckt das Crack, presst das Crack, macht Cash mit Crack. Und wächt das Crack mit Ethanol. Das hört sich an wie Haftbefehl, aber irgendwie hört es sich auch nicht an wie Haftbefehl. Seine Stimmlage ist irgendwie anders. Hey. Ich zieg froh und ich kiff das Haasch. Puff, Twizzle. David. Ich fang hoff an und ich bin... Irgendwie so wie so eine Kermit-Stimme. Die so frisch. Puff, Twizzle, Schokolade. Sonst rieb ich auf wie Piskopat. Ich komm von der Gara, von der Gara, Gara. Ich hab's an mit Schmuck von der Babymama. Ich höre Crack, baby. Aber der Song ist auf jeden Fall W. Richtig, richtig krass. Einer der krassesten Songs, die ich in meinem Leben gehört hab. Ich hab Angst, Schett. Ich hab Angst um mein Leben. Wuuuuh. Wat ein Song, Dicker. Wuuuuh. Mama und Papa streiten sich um Einstein. Ich komm von der Gara, von der Gara, Gara. Der beste Kunde war, der immer dieselben Sachen anhat. Ich höre Crack, baby, streien. Mama und Papa streiten... Ja, das Lied war okay, Chad. Was für neue Lieder sind denn noch rausgekommen? Ähm... Da dann und La Creme? Da dann mit dem französischen Rapper? Da dann, La Creme, Origin? Das könnte krass sein. Loki ist nicht gut, wie Mani. Oh nein. Albanez, Mokro, Afrika, Coco, Hachisch. Transport im Vito. Wuh, weh, alles was du machst, Bakschisch. Was ich poste, grüne, gelbe, violette. Sitze im F-Type, was ne Frechheit. Wie wir deinen Block auf den Kopf stellen in Bestzeit. Komm de Garçon, fick dein Wellenstein. Zeit ist Geld, ich muss schnell sein. Neue Watch, Patek. Savabieck, wala. Neu na on my back. Nämlich dem Baba. Putu Kepasa, du bist nicht wie ich. Weil dir deine Ehre nicht wichtig ist. Daydata Mom, so wie Mac Gregor. 10K im Bar in der Messenger. Schau, das Paket geht von A nach B. Mit 10 Euro Samsung von 2010. Hermes, Boutique, Steakos, S.U.I. Jacket, Moni, Origin, Albanie. Hermes, Boutique, Steakos, Boutique. Was sagt die W oder L-Jet? Jacket, Moni, Origin, Albanie. Seht toi le best, moi le best, bro. Badon to les par de rap, tu sais qu'on a la base, bro. WPZ, Albanie, De Tony, Amani. C'est très rare, de mourir, de vieille, sous de maladie. Fui mes de ma batard, je laisse de bu la veille. Les sacs de sous, c'est fait pour moi, comme il est aux abeilles. Parlez aux grosses putains, non, non, crois moi, ça paye pas. Elles sont deux des Pays-Bas, un peu c'est dans la Maybach. Un klaxo, légende de vie, Michael Jackson. Et comme il est, il va l'un, grâle, un peu kexant. Comme un voleur, à la coupe du monde, ou dans les rues de l'onde. Fils de pute, un négociant, et ça nous fait de l'onde. Je suis marre de l'air, pour toi de mon cœur, et que des barres belés. Donne un suiveau. Bruder, Lacrimis-Legende. Lacrimis-Legende. Schade, dass es kein Video hat. Schade, dass es kein Video hat. Baba Ding, Baba Ding. Zahi, der hat doch ihr Song gar nicht rausgebracht. Was sollt ihr von mir? Das ist gar nicht der Song. Der Song kommt noch locker. Das kommt locker noch. Das ist doch gar nicht ihr Account. Das ist sie nicht. Nein, das ist sie nicht. Das ist dieser TikTok, 30 Sekunden. Ich reagiere erst, wenn das rauskommt, richtig. Was ist noch rausgekommen? NG Hyäne. NG. Ja! NG! Berascha hat rausgebracht, okay? Okay. Ich hab mich irgendwo draußen verloren. Zwischen Coca-Intilidin und Taste. Jungs wie ich sind auf Gewachsenenblock. Geh verspielen, Tipico und Spielothek. Ich hab mich irgendwo draußen verloren. Gewölfe brechen, Wut Normalität. Mittlerweile mach ich Stauis am Block. Alles angefangen mit Beschaffungskriminalität. Wir kämen mit Mut in den Hotels. Wir sind im Kopf kaputt, Cousin. Das ist Musik für die verlorenen Seelen. Offiziell Generation Z. Wir sind zu krank geworden wegen Geld. Beklopfer Wandschaft, wir gehen ein bisschen schämen. Keine Frage, was machst du und wie geht's? Deine große Liebe lässt dich stehen. Baby, du warst meine Welt. Also ich fühl den Song nicht. Zum Glück. Zum Glück fühl ich den Song nicht. Also ich hab nicht das durchgemacht mäßig. Wovon er rappt, oder? Aber man, ich check schon, warum Leute das fühlen, ja? Baby, du warst meine Welt. Ich dachte und ich wär für immer, aber ich hab... Wenn man auch so abgefuckte, auf abgefuckte Dings ist, so ein abgefucktes Leben hat, dann kann ich, dann check ich das schon. Ich kann aber sagen, ich fühl selber nicht... Bruder, hat absolut nichts mit meinem Leben zu tun. Zum Glück. Hätte auch anders laufen können. Rascha. Ich hab grad geraten. Ich glaub, das ist Rotterdam sogar. Weil es wird kalt hier im Winter. Diese Gegend macht mich behinder. Keine Fliechtstoffasfalt. Hä, hat er das nicht schon rausgebracht? Lol, der Planet ist im Hintergrund. Körper kalt, bitter. In der Hand hat er, macht die Kampel. Ba, 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 ba. Fühlt romatisier. Nur Realität. Wir sind Kilometer weit entfernt voneinander. Doch ich fühl, wenn du fühlst mein Herz und dein Schlagen miteinander. Göttoblocks ohne Perspektive Niños de la calle finden hier keine Liebe Jupiter Jupiter Oha, geiler Effekt Der Effekt ist auch an einem vorbeigezogen Denn es wird nur gefiltert Wo ich rauskriege Jupiter 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 Das hat so PNL-Vibes Das hat so PNL-Vibes Ja, ich fand den Song nicht schlecht Ich find geil, dass er so seine eigene Dings macht Vielleicht kommt das grad nicht gut dabei, er zieht so sein eigenes Ding Wisst ihr, ich meine Von Janday hab ich was gesehen auf TikTok Bruder, ich bin nicht... Was ist da Bruder? Janday030 Mit Rattar Und Einen von Hoodplug La Cassette hat doch gar keinen Song... Hat La Cassette gestern einen Song rausgebracht? Chat, ich hasse Leute, die von... von letzter Woche, ne? Wo war die letzte Woche? Bruder, wie kann man denn... Nein, Bruder, wie kann man denn La Cassette vorschlagen? Man muss dick auf den Kopf gefallen sein Um einen alten Song grade... Wir hören grad die neuen Songs Er sagt, wir hören La Cassette Das ist halt dumm Hä, wo hab ich das denn gesehen Bruder? La Cassette und Mali Ah, nicht La Cassette Wie heißt er? Janday, meine ich Warum... Bruder, ihr habt meinen Kopf gefickt Man, ja... Man... Ich schwör, ich hab das gesehen, Chat Mit so einem Katarbeat, das war so gut, ne? Junge, man findet nicht mal mehr was Mein Trizeps, Bruder, mein Trizeps So Freunde, vielen Dank für die überkrassen Vorbestellungen Rekorde wurden geknackt, Hände wurden geküsst Nur hab ich irgendwie mitbekommen, dass einige Leute plötzlich Manager geworden sind Professoren des Chartwesens Sie wissen jetzt, wie Sachen berechnet werden Uh, 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 uh Und diese Leute dachten, die können meine Fans wissen Indem sie ihnen irgendwie vorwerfen Ja, meine Fans... Was ist das, Bruder? Ich find das nicht Das kommt nicht Das kommt leider nicht, ja? Shit Hat er das auf Instagram gepostet? Was hast du mit TikTok? Mann Das ist das nicht, oder? Das ist das nicht, oder? Was? Das ist nicht das Lied, oder? Das ist das nicht Schade, Digga Schade, wer hat denn noch released? Ähm... Monk, BAZ Höre ich nicht Das haben wir gerade im Teaser gehört Okay Shubia, Capella, OG OG, Habibi Bibi Malo und Zaliu Das könnte was sein Das könnte was sein Not the same Mein Bruder Sag dir das einmal Mein Bruder Boah, ich wurde sehr krass einfach reingeworfen, aber okay Boah, das ist ein bisschen sehr fast Boah, das ist ein bisschen sehr fast Bevor ich rippte Puck Ich hab mir mein Keller Listen, did you see that? Schick mit deinem Body Drück auf Reset Now we get my money, but I lean back Party in Miami Nein, wir gehen nicht Since the weekend See, we leave it for the night Sag, you a button Man, you need Jesus in the night Pushin, pushin P, kein vice One shot, two shots Alright, ey, yeah Wir machen no days off We ain't slow, Trinidad in Tobago Come on, break that shit, Tiana Come on, shake that shit, it's okay so Hey, Digga, respektlose Lime, Bruder Mit dieser Oma Lay, Bruder Dass er die Tür wieder aufmacht Gangs, all you will, Bella Meine Glock sagt hello Pretty little team Come on, bring that ass out Erst wenn der Nicke Der hat dich zum Beat weckaut Hey, listen Baby, they're not like us Wir machen money Not whole other drugs Hey, yeah Baby, they're not like us Afrika Rhythm Das tief in die Nacht Yeah, yeah God damn I will dich haben, pretty girl Don't let him Ich hab 20.000 Euro cash in meine Denim Wer ist deinig Dada? Baby, go, tell him What's happening? Ich kann verstehen, warum sie dich broke nennen Ich mach ein Puller, bloß den ganzen Block brennen Ich bin A-Figures Black John Lennon Alright, ey, yeah Wir machen no days off We ain't slow, Trinidad und Tobago Come on, break that shit Nein Come on, shake that shit It's okay, so Pussy war Black Fetty Pussy war Black Fetty Pussy war Black Fetty Pussy war Black Fetty Pyst Dein Ex sein Peach, we are not the same. Ja, aber gut, ich finde Malo, der andere ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber der kann schon krass kommen. Ich habe ihn nicht so durchgehend gefeiert, aber wenn ich ihn gefeiert habe, habe ich ihn extrem gefeiert. War so hoch und tief mit ihm. Ahmet, Armin, Dario, Rodriguez, was sind die überhaupt? Ah, weh. Ufos auf der dritten Seite, Shirin, David, warte mal, ach, ich gehe auf die falschen. Bruder, ich wechsel einfach die Dinger. Junge, wann will mein Bruder eigentlich mal wieder was rausbringen? Datalove, Bruder, lebt der überhaupt noch? Oh, mein. Bruder, der kann ja auf der dritten Seite sein, der hat 3K-Aufrufe. Ja, ich fühle diese Feelings, ja. Ja, ich fühle sie. Ja, ich fühle sie. Ja, ich fühle sie. Das ist krass. Wie sagt es? Warte, achso. Hä, wieso höre ich nichts? Ah, er hat komplett leise. Sorry, Chat, deswegen. Ich dachte, sein Song wurde runtergenommen. Ich habe gar nichts gehört. Ja, ich fühle diese Feelings, ja. hätte ich weiter auf lautlos gelassen wäre glaube ich besser gewesen ja beim ersten mal hören war besser j velka malik die sagen mir alle nichts ja chiroc 471 wer das liest hat ein klein will er mich verarschen so heißt doch nicht sein lied oder habe mich gerade gefickt wer das liest hatten klein gib mir den beat das war es ehrlich der song schloss knacken ort packen jeder muss einen job machen hier will es jeder aus dem block schaffen mich kannst du nicht mit deutschen rappern in den topf packen wenn ich auf ihren kopf kacke oder nein 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 woher hat mich auseinander genommen hat mich ehrlich auseinander genommen diese kekko g senseri mister you that you it is a key kleine wo das ist nicht so 15 oder so mister you down 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 all about you heißt ein account er hat aber nie wieder was hochgeladen das war das letzte das waren aber nicht geile das waren keine geilen dinger ne show sadek oder bei sadek darf ich eh nichts schlechtes sagen ich habe angst bei sadek oh undercover kenne ich den höre ich im gym immer den kenne ich sadek rettet ok so so mcr hat auch was gepostet der war gar nicht dabei gerade oder das war nicht mehr keine welt stein jacke die kelle aus und keine welt eins fach ich habe mich klein machen auf eine eilf und beim platz und er baut zu holten gelben aus der kelle klein tasche So viele Männer, vor denen man Angst hat und dann kam einfach Haaland dazwischen. Sport, Getriebe, Mord, Motive und Schnitzel, Malischpapp, sind's mit Heinrich in Höchst, besprech auf Espressi die Preise für Öl, wir sind beide nervös, hier wird Beta gemischt, es fehlt nur ein TP, der nach Dänemark schickt. Black macht Druck, elektrisch fällt aus, er sagt, dass er einen Techniker braucht, Flex, Flex ist zu stoppen, Black Bentley, Ben-Tiger, Sexstellen sind greifbar, Jack, Dennis im Eis, Fach Ego. Sie brettern rein in Vitrine, ich hinterlasse keine Indizien, wir nutzen unsere eigenen Linien, keine Papiere, dafür Eis, wir sind wir hier. Sie brettern rein in Vitrine, ich hinterlasse keine Indizien, wir nutzen unsere eigenen Linien, keine Papiere, dafür Eis, wir sind wir hier. Guck mal, sowas würde ich mir niemals privat geben im Auto, aber im Gym nur sowas. Also im Gym höre ich nur so Bubar und so richtig aggressive Sachen. So, das sind so Songs, die bringen so dein Blut zum Pochen. Bruder, wer ist Ranjit? Bitte, Jungs, ja. Bitte, ihr habt gekackt. Wie, Bruder, ist das ein Newcomer? Mach die Millionen über Seiten auf Nullkreuz, mein Weg bist du weg, durch ein Black Somali. Prestos, Asics, fuck, Boots, Bottega, nur noch Tonnen, T-Tes, Plack, Moose, Umbaida. Rein in Vitrine, hoher, bleib undercover, zeige keinem Gesicht, Abu Ubaida. Einschusslöcher auf den Gummipletzen, drive by shooting, Sicarias mit Gucci-Letten. Koloss aus Mabea, pusten dich weg, hast du Kombis offen, fliegen, Gulli-Deckel, renn für Polis-Action auf den Kurfüssen, Damme oder... Ja, okay, wer ist Ranjit, Digger? Ranjit. Ranjit. Auf TikTok? Das ist auch Cola und Gabriel, oder? Ah, das ist eine Parodie. Das hier? Das hier? Guck nie auf mein Curry, du Idiot. Reparier deine Computer, du kriegst Indienverbot, ha? Ich hab dicke, dicke Masala gemacht, hab dir Babybrei gegessen und in Windeln gekackt, ha? Ranjit ist ein Rapper, jetzt ruckzuck, es macht... Das waren 70 Schüsse aus dem Tuk-Tuk. Digga, Digga, ist das krass. Das waren 70 Schüsse aus dem Tuk-Tuk. Gellik, Bruder. Man kauft ihm das sogar ab. Sorry, man kauft ihm das sogar ab. Sorry, Kolja. Das ist locker real, was er sagt sogar. Er spricht bestimmt grad aus der Seele, Bruder. Er sagt, was in seinem Leben passiert. Aber wie, 15? Wieso nicht 14? Denkst du besser als Sahide? Guck mal, ich sage, Sahides Song ist overhated, ne? Ernsthaft jetzt sogar. Der ist nicht scheiße. Aber der ist auch nicht krass. Aber der ist so... Er ist lustig. Aber ich find ihn nicht mal scheiße. So für so ein kleines Mädchen, Digga, ist eigentlich richtig gut. Das hier ist ein Disc-Track? Das Video sieht brutal aus, Bruder, ja? Digga. Aber wie 0,9? Bruder, zu viele Zahlen, ich check grad gar nichts mehr. Erinnert zurück, Jahre verging. Und bin ich da im Mahalle. Hab's dir versprochen, dein Enkelsohn. Heute ist es da auf der Karriere. Ich schwieg mich tot, heute strahle ich hell. So dass sie erblend in Chaye. Und bin ich dann tot? Soll jeder wissen, mein Tisdor man liegt in der Arle. Realität und Märta. Verlieren kein Kampf gegen Satan. Rivalität ohne Lach. Unsere Vergangenheit ma'la. Heute 14, ich kann ein Monat. Independent, Reibona. Dein Management nimmt die Kohle weg. Du siehst kein Zehn, was los da. Gehe, was los da. Jedentai bei mir ein Zonta. Bin unnissens per la Zona. Hab doch gesagt, bräuch kein Vamaat. R.S. Asiljeh. La N. Yamaha. Jedesweit sind eine Wodka aus, mein Mund. Schauen wir uns hier alle heute Nacht. Wisch mal ein komplettes Jahr. Alles gefippt. Gruß an mein Brata. Länge den Gorbete Schwarz. Bin mit der Kipp. Sehr und nicht mal scharf. Und sag, haben wir noch. Das ist der Lied, oder? R.S. Angebote Universal. Ein paar Millionen für Elf Ertrag. Und diese Seele kippt Satan. Und diese Seele kippt Satan. Träviere. Präviere. 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 Oh, ich kenne den Beat-Producer. Ich kenne den Beat-Producer. Juuuuh. Du sah an der Brot. Kann sein, das ist der beste Song von Avi. Geld in Kirchen, hier ist andere Luft. Auf dir die Welt jetzt, oh Mama. Nicht wieder heiß, ich mach auch ein Weg von Fanda. Pump die Mucke laut aus R.S. in Chanda. Und hoja, wenn ich rapp, dann wieder Sem-Tex im Banker. R.E.V. ist Magazin. 15 Schüsse in die Groß von den Verrätern. Über Grenze Amadee. Machst du Geld oder 10 Jahre Paketa. Präviere. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Letzte Woche habe ich drei Songs in Playlist gepackt, diese Woche nicht ein.